Also, ich spiele Säulenjagd. Kann ich hier auch einen Server aussuchen? Anscheinend, wa? Ich geh da jetzt mal rein. Fuhwatti, ones of the many Onis. Blut, blinkende Lichter, laute Geräusche, hyperrealistische... Ja, und die Gruppe ist voll, oder was? Spielmodus, Runde abgeschossen, nächstes Solo-Monster. Hä? Bin ich das Monster, oder was? Ach, du heilige. Peach! Was ist aus Peach geworden? Schließe all deine Ziele ab. Finden sie Phantom-Cutcakes und Lüfteröffnungen säubern? Ich mach's schon. Los, Kollegen. Bro, warum ist das so schnell? Viel zu schnell, Bro. Ist hier mal gestorben, Mann? Mach die scheiß Dinger sauber! So, Cupcakes. Ich hab ein Cupcake gefunden. Ist das hier... Das sind die von Five Nights at Freddy's. Da drinnen ist jemand! Was ist das? Das ist ein Faker! Ihr müsst die Aufgaben machen, Leute. Mach ich hier alles alleine, oder wat? Oh, hi. Da ist ein Cupcake. Cupcake. Mach ich alles alleine? Was ist das? Hilfe! Das ist eine Sackgasse? Hilfe! Ich steck fest! Hilfe! Mein Arm ist gebrochen! Sound überhaupt nicht laut. Überhaupt nicht laut, Junge. Ja, Chat, das ist es. Es tut mir echt leid. Keine Ahnung, warum das Sound so laut ist. Das Monster hat alle getötet. GG. Wir geben das Spiel noch weiterhin eine Chance. Das ist ein Stück Scheiße. Guck mal, das ist das Stück Dings da. Kunst von Maximus. Was haben wir hier noch? Garfield! Den kenne ich auch noch. So. Das ist Roblox? Ich bin das Monster! Komm her, du kleiner Schleim! Wo seid ihr? Komm her, komm her! Wo ist mein Stamina eigentlich? Ach da, ich hab Stamina. Bro, der hat eine kleine Taschenlampe. Du kleiner Schleim. Heu, leiser Schleim. Ja, Bro, was ist mit dir denn los? Hä? Ach, Sünde! Help! Sehen die mich nicht? Help! Help! Kommt leider zu spät. Das hört sich an, als ob er wirklich so schreien würde. Was kann das schreien eigentlich? Der Sound ist so laut, ne? Help! Help! Der Sound ist so laut, ne? So, wir werden den töten hier. Bam, Junge! Ich kann Ego-Perspektive auf rechts gehen? Ah, guck mal einer an. Guck mal, wie Cheeman da drüben. Guck mal, wie er sich die ganze Zeit versteckt hier. Wie er sich die ganze Zeit versteckt. Bam. Wie er sich die ganze Zeit verkriecht hier. Bleibt mit dir. So, Chad, nur noch ein einziger lebt noch. Nur noch ein einziger. Danke, dass er wieder in meine Richtung läuft. Was macht das? Was macht dieser Schrei? Treffer. So, noch vier Sekunden. Okay, er hat's geschafft. Er hat's geschafft hier. Er hat's geschafft. Ich hab sieben Spieler getötet. Ich hätte gern lieber Peach gehabt oder so, ey. Das wär tausendmal geiler gewesen, anstatt halt sowas. Pass auf, mal gucken, was kommt jetzt. Stufe 11. Hey, die sehen aber schon verdammt geil aus, ne? Hi. Komm, 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 komm. Heute drohen Notizen sammeln. Los. Ich glaub, hier ist ne Notiz. Komm, Kollege, komm mit. Komm jetzt. Du musst weiter. Auf da. Guten Morgen. So, eine Notiz gefunden. Sehr schön. Problem ist aber, was? Ne Beutetruhe. Ich weiß halt nicht, was es ist. So, warte geht's. Es ist so dunkel hier. Hier, Beutetruhe. Ah, so sehen die also aus. Okay. Wir müssen davon acht Stück finden. Laufen sie dran vorbei. Ja, verzähl dich. Du sollst die Aufgaben machen, Junge. Nichts macht er. Nichts macht er. Er hockt einfach nur rum. Jeder Spieler muss acht Kisten finden. Was war das? Was ist das denn hier? Hier ist ein roter Knopf. Brauchst du Heilung? Brauchst du Heilung? Komm her, ich hab Heilung. Brauchst du? Ah, guck mal hier. Braucht jemand Hilfe? Ich hab was. Hey, aber ich find's cooler, irgendwie als Monster zu spielen. Als Mensch ist auch schon cool, aber... Monster ist halt Monster, ne? Ich hab kein Sturmin. Hi. Du sahst ja genauso hässlich aus wie ich. So, hier war ich. Vorhin kam das... Was hast du gemacht hier? Der Frosch hat sie getötet. Ich hab's gesehen. Irgendeine... Auf eins. Auf eins. Shit, alles wird gut. Alles wird gut. Das ist ja easy zu... Lauf, Blondi! Lauf! Jetzt der kleine Schleim hinter mir her. Ich bin Sackhasse. Ich bin Sackhasse. Er hat sich... Er hat sich als mich vorausgegeben. Ich brauch die Heilung. Welchen Killer hast du ausgerüstet? Man kann einen Killer ausrüsten? Jetzt haben wir einfach einen kleinen Teufel hier. Sag was, wir müssen Punkte sammeln. Wenn du eine Reihe von Aufgaben abschließt, verkürzt du die Zeit. Da drüben ist eine Null. Wir gehen als erstes zur Null, ja? Tööö! So, was ist hier? Was ist das hier? Was... Was hab ich jetzt hier? Ich hab eine Null jetzt. Und jetzt? Was ist das? Das ist ein kleiner Schleim! Nein! Bitte, please! Super, danke für nichts. So, ich habe 16 Münzen bekommen. So, warte mal. Wir haben jetzt den hier. Ähm, man kann jetzt... Guck mal, man kann zwischen den hier wählen. Dann haben wir... Den hatten wir schon. Dann der Kollege. Der sieht auch gut aus. Dann Exe. Sonic. Als im Brutal. Baldi. Den kennt jeder. Dieser komische Lehrer aus dem Horrorspiel. Dann einmal den Kollegen hier. Dann Five Nights at Freddy's hier. MX Super Mario. Dann haben wir einmal Peach. Dann haben wir Smiley hier. Dann haben wir den Shin Godzilla. So nenne ich ihn halt einfach. Ähm, dann haben wir den hier. Den Vita Mimic. Sieht auch cool aus. Und dann haben wir den Fuhwati. Der hat sogar Babys. Der sieht cool aus. Ah, guck mal. Hier sind die Viecher. Der pennt. Schön. Ah, guck mal. Sonic. Cool. Und wo ist Godzilla? Super Mario. Sammel Juwelen und entkomme. Pac-Man? Ich hätte mal einen anderen Char nehmen sollen, ne? Okay, das ist aber fies für Super Mario. So, let's go. Weiter, weiter. Wir brauchen aber die Stamina. Super Mario. Da ist er, da ist er. Man erkennt es nicht, aber Super Mario ist da. Ich glaub wir... Hä? Entkommen. Wir müssen gleich entkommen, Chat. Wir haben jetzt alle Juwelen. Der Ausgang ist offen. Da hinten ist er. Das bedeutet Super Mario, warte. Okay, das war... Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's eh gerückt. Ich hab eh gerückt. Man hat's gesehen. Ich hab 43 Munzen bekommen. Das ist doch richtig kacke. Das kann doch nicht sein. Ich bin bereit. Oh. Ah. One Punch, man. Hier ist Saitama drin, als der Lehrer. Licht fackeln und Müll aufräumen. Aber irgendwie ist das Spiel voll dunkel. So ist... Ich hab gesehen, Chimo wurde gerade geschlagen. Ei, 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 ei. Er wurde gerade vom Lehrer verprügelt. Ich seh nichts. Wie räum ich das Müll auf hier? Herr Lehrer, bitte. Nicht schlagen. Herr Lehrer, bitte. Löse Matheaufgabe. Wie kann ich das? Mach weg. What the hell? Wie geil ist das denn? Gut, dass ich den... Ein... So, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Jino soll das Monster sein. Ich will Godzilla jetzt sehen. Jino ist es. Ich hab es gecallt. Ich hab noch keinen Schlüssel gefunden, Mann. Spongebob? Einfach Spongebob hier. Jino. Ne, ne, ne. Lass mal stecken da. Ja, ich werd sterben. Er ist hinter mir her. Ja, super. Will einfach rip. Wir gehen hoch. Wo sind denn die Schlüssel hier? Ich... Jino weiß, wo ich bin. Der guckt den Stream hier. Jino, ey. Geh bitte zu jemand anderem. Ich will noch spielen. Jino, bitte geh. Geh jetzt mal zu den anderen hin. Ich will erst mal gucken. Ich will wenigstens einen Schlüssel finden, Mann. Wenigstens einen Schlüssel. So sehen die aus. Ich hab Schlüssel gefunden. Hier ist der nächste Schlüssel, wa? Ich hab ne Taschenlampe. Wie geil. Ich kann ja nicht abhauen. I always come back. Ich muss wirklich sagen, ne, für den Roblox-Game ist er schon echt krank gemacht. Also jetzt wirklich. Das war jetzt, äh, Lüftung und Schaltflächen aktivieren. Warte, Schaltflächen sind hier gemeint. Hey, Alex, komm mit. Wir müssen säubern und so. Wir müssen beide zusammen machen. Wir müssen beide die Sachen finden. Ey, das sieht wirklich krank aus, wie gut die ausschauen. Das ist schon nicht. Ach, das ist doch ein Lüftungsschach. Atmet denn, das ist doch schwer, Mann. Okay, wir müssen leider hinten in die Ecke rein. Problem ist halt, ich hab welche vergessen. Komm mit. Mädchen, komm. Komm, hier rüber. Alles ist gut. Das, das war nichts. Das war nichts. Das, äh, alles ist in bester Ordnung mit dem. Alles ist mit dem in bester Ordnung. Das war einfach nur ein Geschrei voller, äh, Liebe und so. So, und die Schaltflächen müssen wir aktivieren. Okay, hab ich gemacht. Easy. Hallo. Hallo. Das ist doch kein Spiel für Kinder, Chat. Aber cooles Game. Cooles Game, wirklich. Zum Spaß haben, ey. Voll geil unter Freunden und so weiter. Es heißt Pillar Chase 2. Cooles Game, wirklich. Natürlich, ein Däumchen nach oben.